So Leute, wir sind jetzt in der Küche. Steffi ist gerade beim Joggen. Sie wird jetzt jeden Augenblick kommen, weil sie joggt jeden Tag so 15 Minuten. Ich denke, sie wird Durst haben, wenn sie vom Joggen kommt. Und wir sind jetzt hier. Ich kann sie jetzt mal kurz zeigen. Hier in der Küche. Und ich gehe mal ganz kurz an den Eingang. Ja, hoffentlich sieht man es nicht so. Das ist ein bisschen auffällig, aber ich denke, wenn sie Durst hat, wird sie darüber nicht nachdenken und einfach durchlaufen. Also wir schauen einfach. Und jetzt müssen wir noch ein paar Minuten warten, bis sie kommt. Und ich hoffe, dass sie dann drauf reinfällt. Also let's go, Jungs und Mädels. Ja Leute, ich melde mich noch ganz kurz. Ich habe es jetzt noch ein bisschen besser hingekriegt. Jetzt sieht man nämlich davon kaum noch was. Ich kann es ganz kurz mal zeigen. Und hier habe ich einfach so ein Klobapier-Ding oben drauf gemacht. Moment. So Leute, so sieht das Ganze aus. Ist auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen mehr getarnt. Und ich bin gespannt, Leute. Bis gleich. So Leute, sie müsste jetzt eigentlich dann kommen. Ich warte eigentlich nur noch auf das Scheiß klingeln. Und ich bin ready. Oh Leute, es hat geklingelt. Einen Moment. Ich mache auf. So Leute, ja. Es hat geklappt. Bist du eigentlich behindert? Wenn ihr mehr davon erzählen wollt, Leute, ich sage bei 200 Likes und herkommen bei der Brakes und haut rein, Leute.